Sehr geehrte Freunde des Skywarses und natürlich auch Freunde des guten Aussehens, hallo. Ich begrüße euch herzlich zu einer Runde Skywars mit dem Tank Kit. Das Tank Kit ist im Moment Abstand das beliebteste Kit in ganz Skywars. Ich kann auch definitiv verstehen, warum. Es ist ziemlich OP. Habe ich eine Spitzsacke? Nö, habe ich nicht. Was ist das? Trank der Feuerresistenz? Sticks. Diamantschwert. Oh, verdammt. Oh Gott. Nein! So, wie ihr unschwer erkennt könnt, ist das Tank Kit sehr OP und ihr könnt damit jede Runde gewinnen. Zack, 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 zack. Okay, eine Minus scheint es ja nicht zu geben. Dann bauen wir uns mal rüber, Dude. Ah! Dobby 04. Komm, wir kriegen das hin. Komm! Ähm, was geht hier ab? Was, das ist doch kein Skywars. Das ist Survival Games hier. Hilfe. Verdammt. Ich habe keine Insel. Okay, der hat was gekauft. Das heißt, er ist ein Pro. Okay, Spitzsacke. Heißt, wir können jetzt ein paar Diamanten abbauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kein Holz habe. Da ist eine Crafting Bench. Aber da ist auch jemand. Oh Gott. Was tut er da? Nein! Oh Gott, ich lebe noch. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welchen Shader ich benutzen soll. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Kacke, kacke, kacke. Spaß, Spaß, Spaß. So, so. So, so. So. Da hinten ist der Dude mit dem Hut. Komm, Dude. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin doch besser, wenn ich mit jemandem spiele. Diamantschwert. So. Attackplan. Die sehen uns ja gerade nicht. Also, okay. Einfach drauf gehen. Das ist auch ein Plan. So, komm. Okay, 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 okay. Nein. Nein. Sterbe jetzt nicht im Feuer. Vielen Dank. So, komm. Nein. Bin fast tot. Nein. So, das war es dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Und ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Verabschiedung zu machen. Also, tschüss. Lol. So, das war es dann auch für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017